Herzlich willkommen im Leonardo Royal Hotel Munich. Schön, dass Sie da sind. Wir befinden uns hier in unserer großen Lobby mit unserer einladenden Lounge Leo 90 und der Rezeption. Es würde mich freuen, wenn ich Sie einmal mitnehmen darf auf einem Rundgang durch das ganze Haus. Hier sind wir jetzt in unserer Royal Suite mit 77 Quadratmetern, die größte Suite in unserem Haus. Insgesamt haben wir fünf Suiten, sieben Deluxe-Zimmer. Diese bietet einen extra Essbereich, einen wunderbaren Blick über den Olympiapark und natürlich ein Schlaf- und Ankleidezimmer. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hier sind wir jetzt in einem unserer 388 Komfortzimmer mit den warmen Farben, die einfach dazu einladen, sich hier direkt wohl zu fühlen. Ja, hier sind wir jetzt in unserer 388 Komfortzimmer. Untertitelung des ZDF, 2020